KI, Künstliche Intelligenz, zugegeben ein Hype-Thema, aber an das Schlagwort NFT konnte 2021 definitiv nicht rankommen. Und das liegt nicht daran, dass es im Bereich KI nichts Spannendes gab, ganz im Gegenteil. Der Bereich KI kommt immer mehr in der Masse an und das ohne, dass wir das merken. Im Juni 2021 kam zum Beispiel GitHub Copilot raus. Das ist nicht nur ein faszinierendes Stück KI, sondern bringt auch direkt einen Anwendungsfall mit sich. Code generieren lassen, basierend auf dem Namen von zum Beispiel einer Funktion und dann kriegen wir Code von der KI ausgespuckt. Und ja, das klappt erstaunlich gut. Und ich glaube, das ist der Trend, der sich auch dieses Jahr fortsetzen wird. Aber schauen wir uns das mal genauer an. Wir haben uns hier ja schon häufiger mit KI auseinandergesetzt. Viele von euch kennen zum Beispiel meine Playlist zum Thema PyTorch oder dem Deep Learning Studio. Und ja, ich habe auch eine zu TensorFlow. Sie ist nur noch nicht ganz veröffentlicht und ich bin ja seit Mittwoch auch an PerceptiLabs dran mit euch. All diese Tools und Frameworks, die meisten meiner Videos, konzentrieren sich auf Bilderkennung. Und das liegt daran, dass wir da einfach mittlerweile sehr gut geworden sind. Und es ist mittlerweile echt einfach möglich, eine KI zu erstellen. Alles, was wir brauchen, ist ein guter Datensatz mit vielen Einträgen und gültigen, akkuraten Labels. Und schon baue ich euch im Handumdrehen eine KI und das wird vermutlich den meisten so gehen. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend, dass es so einfach geworden ist. Es ist mittlerweile wirklich einfach geworden, Bilderkennung an sich durchzuführen. Zumindest meistens. Klar gibt es noch Schwierigkeiten bei manchen sehr komplexen Anwendungen. Aber trotzdem finde ich das sehr cool, eine tolle Entwicklung. Was wird also in diesem Bereich überhaupt noch passieren? Und da ist die Antwort ganz klar egal was, nur mehr davon. Kleinere Firmen können sich jetzt auch automatisch Bilder analysieren lassen und zum Beispiel Prozesse automatisieren. Vor allem im Hintergrund laufen diese Systeme ganz gerne mit. Beispiel. Im Supermarkt werden Waren verladen. Schimmel entdeckt. Sowas zum Beispiel. Oder ein Röntgenbild für Rippenbruch. Direkt noch was anderes miterkannt. Pneumonie zum Beispiel. Keine Ahnung, ob das wirklich geht. Aber ich bin auch kein Arzt. Aber das sind jetzt natürlich alles sehr extreme Beispiele. Im Hintergrund werden aber solche Systeme eine automatische Unterstützung zum Beispiel für den Menschen darstellen, die man irgendwann gar nicht mehr missen möchte. Man kann zum Beispiel mehr als einmal damit rechnen, dass man ein Oh gut, dass du dran denkst, das hatte ich jetzt schon wieder völlig vergessen oder hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und so uns im Alltag weiterbringen, sicherer machen. Beispiel zum Beispiel selbstfahrende Autos. Oder nicht mal selbstfahrende Autos. Einfach Autos, die automatisch bremsen können. Oder in der Medizin zum Beispiel Operationen genauer machen. Und vielleicht Waren vor verschiedenen Dingen. Einfach Assistenzsysteme. Natürlich geht das auch in Fabriken oder auf dem Bau und vieles, vieles mehr. Doch, auch abseits der Bilderkennung tut sich vieles. Hier sind wir aber noch ein bisschen weiter von der tatsächlichen Wirtschaft, von der Praxis entfernt und noch viel, viel mehr in der Forschung drin, als wir das jetzt zum Beispiel in der Bilderkennung sind. Und das wird jetzt auch noch einige Jahre bis, naja, viele Jahre dauern, bis die Sachen wirklich so geil sind und gut funktionieren, wie das bei Bilderkennung zum Beispiel funktioniert. Aber noch ein Beispiel für nicht ganz Bilderkennung, aber das ist jetzt auch gerade in der Forschung recht weit. Augmented Reality am Arbeitsplatz ist da zum Beispiel so ein Ding, das so schon im Einsatz ist bei der DHL zum Verteilen von Paketen. So ist es zum Beispiel viel einfacher für die Mitarbeiter, wenn sie so eine Brille aufhaben, die Pakete richtig zuzuordnen und zu sortieren. Die Brille zeigt ihnen dann sowas an wie eine Art Game Hub, wenn ihr so wollt, mit Statusleisten und wo sie es hinbringen müssen, was ich total geil finde. Und auch zur Navigation bzw. zur Wegfindung mit zum Beispiel solchen Navigationsgeräten kommt dann auch wirklich in der Brille, wird angezeigt, wo man hin muss. Und da kommt immer mehr und das finde ich total beeindruckend. Gaming-Bereich macht es halt wirklich vor, man orientiert sich da ein bisschen dran. Um nochmal auf GitHub Copilot zurückzukommen, das ist zwar eine tolle Anwendung für KI, aber nicht im Bilderkennungsbereich. Wir erkennen ja keine Bilder, sondern wir schreiben Code, ja. Und dadurch ist das Ganze eben deutlich schwerer zu machen. Die KI im Hintergrund nennt sich GPT-3 und ist entwickelt worden von OpenAI. Ja, die ist gut, aber sie macht viele Fehler. Der Code ist nicht immer falsch, aber halt eben die meiste Zeit. Klar, dass das nicht dazu genutzt werden kann, um plötzlich alle Programmierer auf einmal arbeitslos zu machen. Es steht aber schon eine Weiterentwicklung an. GPT-4 ist eine KI, die auf GPT-3 aufbaut, hätte es gedacht, und circa 500 Mal so viele Parameter hat, die man trainieren kann. 500 Mal so viele Parameter, ich brauche euch nicht sagen, dass man dafür natürlich dann auch sehr viel mehr Trainingsdaten braucht, viel mehr Leistung, viel längeres Training. Und am besten hat man am Ende auch wirklich ein neuronales Netz, was um ein Vielfaches besser wäre. Und das würde bedeuten, eventuell generiert uns am Ende wirklich eine KI die Funktion, die wir schreiben wollen. Und wir müssen sie nur noch testen und zusammenbasteln. GPT-3 bzw. GitHub Copilot generiert euch ja aktuell auch keinen vollständigen Code, sondern es generiert euch einzelne Funktionen. Und die zusammenzubasteln, das könnte in Zukunft die Aufgabe von Entwicklern sein. Die KI ist vermutlich noch ein ganzes Stück wirklich weit davon entfernt, uns wirklich annähernd stabile und hübsche Softwareprodukte liefern zu können. Aber selbst wenn man nur noch die Funktion zusammenführen muss, dann wäre das ja ein riesiger Fortschritt. Dadurch geht man langsam und stetig immer mehr weg vom eigentlichen Programmieren und immer mehr hin zu Low-Code oder No-Code-Bewegungen. Und diese Bewegung kann man heute schon sehen und eventuell wäre so etwas auch bald mit GitHub Copilot vereinbar bzw. denkbar. Aber gerade im Bereich KI ist das ja definitiv ein Trend. Und da vielleicht nochmal kurz der Verweis auf Mittwoch. Wir haben ja am Mittwoch PerceptiLabs gesehen. Mit fast keinem bzw. in unserem Fall gar keinem Code schafft man es damit, neuronale Netze zu entwickeln. Dazu müssen zwar die Daten schon richtig sortiert sein, richtig eingeordnet sein, aber selbst für diesen Fall könnte man ja in Zukunft Tools benutzen. Das heißt, ich habe zum Beispiel einfach einen Haufen Daten. Ich kann mir zum Beispiel irgendwie Daten anlegen, Fotos machen. Und dann schreibe ich mir ein Tool, mit dem ich die Daten richtig sortiere. Und dieses Tool ist dann alles, was ich dafür brauche. Und am Ende kann ich zum Beispiel PerceptiLabs benutzen, um aus diesen Daten eine KI zu bauen. Alles von Hand zu programmieren, wird dann also gar nicht mehr so nötig sein. Was übrigens nicht heißt, dass man nicht mehr coden können muss. Debugging wird natürlich umso wichtiger, denn Fehler wird eine KI weiterhin machen und davon nicht gerade wenige. Diese muss man finden und vor allem verstehen und reparieren. Aber das lernen wir ja in anderen Videos. Und was man auch machen kann, testen. Tests schreiben, das würde ich glaube ich erstmal zumindest nicht die KI machen lassen. Denn die Tests prüfen ja, ob die KI gerade missgebaut hat oder ob es wirklich gut funktioniert hat. Und so könnte man natürlich diese ganze Generierungssache auch einfach mal machen lassen. Es gibt ja zum Beispiel bei GitHub Copilot, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, die Möglichkeit einfach sich die Funktion nochmal neu generieren zu lassen. Und ich glaube, ich habe meine Statistik gesehen, nach einigen, zehn, zigmal muss oder ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Code funktioniert. Was wäre denn, wenn ich Test-Driven Development mache, mir die Tests wirklich schreibe, alles was ich haben möchte, definiere ich einfach als Test, als Unit-Test und benutze dann einfach diesen Unit-Test. Solange der fehlschlägt, lasse ich GitHub Copilot mir eine neue Funktion generieren, bis diese wirklich stimmt. Damit könnte ich weggehen vom eigentlichen Programmieren und müsste nur noch wirklich die Tests gut definieren. Und das wäre tatsächlich eine sehr, sehr spannende Idee. Vor allem, weil man dadurch vielleicht auch Optimierungen rausfinden würde, die Menschen vielleicht so gar nicht finden würden. Da kann man natürlich den Menschen nochmal drüber gucken lassen. Aber nur so als Gedankenanregung. Bevor wir zum großen Finale kommen, möchte ich natürlich hier auch ganz kurz erwähnen, dass auch Internet of Things und Autos, beziehungsweise auch öffentliche Verkehrsmittel, immer mehr automatisiert gesteuert werden können. und wir schon die ersten vollständig selbstwandten Autos miterleben durften. Was hier passiert, finde ich wahnsinnig spannend und bleibt natürlich da für euch dran. Wobei das natürlich auch sehr viel mit Steuerungstechnik, IoT und auch natürlich Bilderkennung zu tun hat. Da kommt einfach alles in einem gigantischen Anwendungsfall zusammen. Wo jedoch aktuell auch sehr, sehr viel geforscht wird, und das ist jetzt natürlich mein Bereich, ist der Bereich Künstliche Intelligenz und Cyber Security. Und das ist ein großer Punkt, den man einfach nicht außer Acht lassen sollte. Hacks vermeiden ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach geworden. Ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, wir müssten ja jede Schwachstelle finden, die es im System gibt. Und ein Hacker muss nur eine Schwachstelle haben, um ein System zu exploiten. Das ist ein bisschen kritisch. Wir haben es deutlich schwerer, wenn wir ein System absichern wollen, als wenn wir es angreifen wollen. Man findet ja ohnehin nicht alle Schwachstellen in den meisten Fällen. Und der Trick liegt jetzt dabei, gar nicht mehr alle Schwachstellen finden zu wollen. Natürlich versuchen wir das, aber wir kriegen es nicht hin. Sondern wir wollen mitbekommen, wenn ein Angriff stattfindet. Das einfachste Beispiel hier sind Denial-of-Service-Angriffe. Da kommen ja einfach nur eine Vielzahl an Paketen einfach rein in das Netzwerk. Und nur die wenigsten machen irgendwie mehr als nur einen Aufruf. Und das kann ich erkennen, weil ich sehe, aha, sehr, sehr viele IP-Adressen, mehr Traffic als gewohnt, wahrscheinlich ein Angriff. Dann schaue ich an, welche IP-Adressen senden immer nur denselben Aufruf. Welche versuchen möglichst viel Leistung zu verbrauchen. Und dann kann ich die eventuell erkennen und dann auch blockieren. Die IP-Adressen komplett blockieren und blacklisten. Werden die Angreifer dann schlauer, dann ist das vielleicht nicht mehr nur ein Denial-of-Service, sondern irgendein Request-Fordery oder Zugriff auf sensible Daten oder sowas. Und dann wird das schon sehr, sehr viel schwerer zu erkennen. Mit einer KI könnte man jetzt hier versuchen, bösartige Zugriffe zu erkennen und frühzeitig zu blockieren. Kleines Beispiel auf der serverseitigen Ebene eures Codes. Nehmen wir an, ihr bekommt einen Request. Dann könnt ihr den ja auswerten. Und ihr könntet jetzt zum Beispiel einfach hergehen und den kompletten Request der KI geben, bevor ihr irgendwas macht. Die KI flaggt dann schon mal, ob das jetzt vielleicht bösartig ist oder nicht. Und dementsprechend könntet ihr direkt sagen, ich möchte diese IP-Adresse blockieren. Natürlich sollte man trotzdem sich nicht darauf verlassen, dass die KI alles schafft und weiterhin filtern und SQL-Injections vorbeugen und so weiter und so fort. Ich sag das ja immer wieder. Aber trotzdem könnte man zum Beispiel schon mal erkennen, ob das jetzt gerade ein bösartiger Request sein könnte und dementsprechend vielleicht sogar schon die IP blacklisten, bevor irgendwas passiert, wenn wir gerade irgendwie einen Angriff erwarten. Das kennt ihr aber auch aus anderen Beispielen, vielleicht eher aus der User-Perspektive. Und zwar habt ihr schon mal versucht, den Urlaub bei Google einzuloggen. Da bekommt ihr 12 Verifikationen auf einmal, weil Google das einfach von euch nicht gewohnt ist, weil ihr nie in den Urlaub geht, weil ihr halt Informatiker seid, irgendwie so. Und Angriffe direkt zu erkennen, beziehungsweise halt diese Ungewohnheit zu haben, dass ihr quasi von extern, von irgendeinem anderen Land auf euer Google-Konto zugreifen wollt, das reicht für Google schon aus, um zu vermuten, dass ihr böse seid und ihr müsst euch extra verifizieren und das gleich mehrfach. Angriffe so zu erkennen und zu blockieren wird noch sehr viel mehr integriert werden, nehme ich an. Und hier gibt es wahrscheinlich sogar noch eine große Lücke auf dem Markt, die vermutlich bald irgendjemand stopfen wird, beziehungsweise wo es ja auch schon einzelne Lösungen gibt, die aber teilweise noch schwer zu integrieren sind. Was ich hier aber auch nochmal mit auf den Weg geben möchte, sind nicht unbedingt Marktlücken oder wichtige Themen, sondern Debatten, die auf uns zukommen. Aktuell passiert nicht so viel in der Debatte, welche Daten man nutzen darf, sollte und was eigentlich ethisch in Ordnung ist bei KI. Doch das täuscht. Es gibt immer mehr Personen, die vorsichtig sind, welche Daten sie wo angeben. Und das ist gut so. Wie kann man also Data Science machen, ohne auf Daten zuzugreifen, die sensible Informationen über den Nutzer, über euch am Ende haben? Das treiben die sogenannten Data Driven Companies auf die Spitze. Sie setzen an alle ihre Entscheidungen Daten. Netflix ist damit ein berühmtes Beispiel und eigentlich auch ein gutes Beispiel. Also wie man halt das Ganze machen kann. Ob eine Serie weitergeführt wird oder nicht, das entscheiden die Aufrufe und die Kosten und noch ein paar andere Faktoren, die aber alle an die KI und die Data Science Sachen weitergegeben werden. Und das hat teilweise nicht unbedingt Netflix zu einem guten Ruf gebracht. Das hat ihnen ja eigentlich den Ruf eingebracht, zum Großteil nur noch billige Serien erstmal auf den Markt werfen zu wollen, die ohne jede Liebe dann einfach feingelassen werden, wenn man es jetzt mal extrem betrachtet. Wirft ein gewisses Licht auf ein Unternehmen, aber das wird man nicht mehr so leicht wieder los. Netflix arbeitet gerade dran, das glaube ich zumindest, ich habe das Gefühl, ich kann es nicht genau sagen, aber ein bisschen wieder zumindest besser zu machen. Also Daten zur Entscheidung einbeziehen, ja, auf jeden Fall, aber nicht ausschließlich. Ich mache das auch für meine Videos im Endeffekt, aber entscheidet man nur auf der Basis von Daten, würde ich hier auf meinem Kanal sofort alles dicht machen, was Tutorials ist, denn Tutorials werden auf YouTube einfach nicht gut geklickt. Aber ihr seid im Endeffekt genau deswegen auf meinem Kanal und deswegen wäre es ziemlich dumm, damit aufzuhören. Wo wir gerade davon sprechen, ihr habt schon so viel von mir gelernt und bald kommt mal eine neue Webseite, wo ihr natürlich noch viel mehr von mir lernen könnt, hoffentlich, und auch wo ihr mehr machen könnt. Ich freue mich da riesig drauf, aber am Ende sollt ihr natürlich euer Wissen auch nutzen können, um Geld zu verdienen. Im Endeffekt muss ja jeder von irgendwas leben und deswegen habe ich euch da auch wieder was mitgebracht heute. Get in IT. Dort könnt ihr euren Job in der IT-Branche finden, mit dem ihr die Welt auch in die richtige Richtung bewegen könnt, die wirklich digital und wirklich intelligent und nicht nur künstlich intelligent ist. Ihr könnt euch bei Get in IT lockerflockig, vor allem natürlich aber auch kostenlos registrieren, füllt anschließend euer Profil aus und gebt ein, was ihr alles für Skills habt, in welchem Bereich ihr tätig seid, beziehungsweise was ihr alles an Erfahrung habt und schon melden sich die Firmen bei euch. Für euch bleibt selbstverständlich alles kostenlos, denn die Firmen suchen ja euch. Die brauchen euch ja. Alles in allem also ein sehr, sehr cooles Angebot für euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den ganzen Bewerbungen, die da reinkommen werden und natürlich auch viel Glück, dass da was Gutes für euch dabei ist. Schreibt mir gerne noch, was ihr für wichtige Themen im Feld der KI haltet und worüber ich definitiv mal hier auf Instagram oder aber auch auf meinem Vlog-Kanal berichten soll. Und in dem Sinne hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.